Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Angezockt XXL. Genau, heute geht es um Lichdom Battlemage für den PC. Ich spiele das Ganze bekanntermaßen auf Controller. So, wir bleiben jetzt einfach bei Dragon, das ist egal. Dann heißen wir einfach Dragon. Okay, dann schauen wir mal, was uns in diesem Spiel erwartet. Heute, das Ganze ist auf Very High Settings, wie man so schön sagt. Also wirklich das absolute Maximum. Und wir gucken uns das einfach mal an. Was uns hier in diesem schönen Spiel erwartet, es hat sehr lange gewartet, Ladezeiten. Aber gut, sollte man auch bei der Grafikpracht, was ich in den Trailern gesehen habe, ist das in Ordnung, schätze ich. So, na? Ja, und wenn wir nicht gestorben sind, dann lädt es auch nur heute. Okay, ich denke mal, danach gibt es eine Zwischensequenz nach dieser Ladezeit. Dann werde ich einfach die Schnauze halten. Oder auch nicht. Select Dragon. Wir sind männlich, markant. Player ist Male Dragon. Es gibt Tutorial. Nein. Ich möchte das Spiel. Okay. Was das so gut? Ich danke, Herr. Ich bin froh, ich bin froh, aber es ist schon schlau. Ich bin froh, wer ich bin. Ich bin froh, nicht, Herr. Aber wie ich sagte, diese Schnauze ist für den Namen. Ich bin froh, dass... Dann, mir das was mehr Gewalt. Ich nehme mir das Köder zu. Wir geben mir das Schnauze als Entschuldig. Unsere Geschäft ist fertig, Herr. Du musst nachdenken. Wirklich? Kapitän Rogero, warum nicht unsere Freundin hier zeigen, was passiert, wenn die Leute mich nicht verletzen? Hm. Mit Leid, mein Lord. Ihre Insolence ist verletzbar durch die Death. Ich wähle sie. Irina! Bastard, ich will... Du wirst was? Die Stadt ist uns für die Beobachtung. Du bist nichts, sondern ein sheep für meine Slauter. Ha, 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 ha! What the fuck? Sie kamen in der Nacht, wie Parasiten, die Leben der Menschen verletzen. Die Kult von Malthus, ein Grupp von Chaos und Destruction, schießt ein Spell über die Land. Ihr Haus. Das Spell schießt ein Fugue-like state, das macht die Menschen easy prey. Ich habe eine große Distanz zu verletzen, um meine alten Beobachtung zu treffen. Aber ich brauche eine Weapon. Someone mit der Kraft, um meine Magik zu schützen. Das, jemand... ist du. Das ist mir heilige. Jetzt wöelig, wöelige. Wöelige hörelungen. Oh, Gott. My koff. Herr, schießt dir. Wer ... Beate, du bist nochskommst. Mein Name ist Wroth. Und für die geschäftigung? Well ... Look auf deine Wörter. Was du siehst? Alles klar, cool. Ah, that was the spell. Count Shax is part of the cult of Malthus. They engineered this. Who are you? Look, I... What the hell? Your body is reacting to the magic in the bracers. Be patient. It'll pass. Look, what do you want from me? Quite simple. You need to break the spell and rid the world of the cult. Beginning with the men who wronged you. But first, you need more power. Come. There is a place where you can rebuild your strength. What the fuck? Jetzt liege ich schon wieder am Boden. Ah, jetzt. Oh, guten Morgen. The bracers are purging your body of the cult's magic. It's unpleasant. I know. But necessary. Your very presence awakens the city. But not enough to break the spell. I'll show you. The sea. What the night holds. Your first arcane sigil is fire. The essence of destruction. Now be still. This might hurt a bit. A little flash. Krass. Damn. I passed out again? No. You died. What? These vortex pools are connected to the gem in your bracers. With them, you will no longer fear death. Well... Damn. I have no arm. Alles klar, cool. Was gibt's hier? Okay, kann ich noch nicht machen. Egal, cool. So, Fast Travel gibt's anscheinend auch. Und wir sind im Spielen. Und nochmal hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Geile Grafik. Boah, ey, mich fetzt Zweck. Ohne Scheiß. Hammer. Und wir können rennen. Juhu. Ah. Left-Pause-Button. Ich hab keinen Maus. Nee, linker Trigger ist es nicht. Ah, rechter Trigger. Alles klar, läuft. Die hätten das ruhig auch für Konsolenexperten erklären können. Hier kommt der Prey. Ah, komm. Hol. Schau, was war dir. So. Tiff. Und jetzt laden wir mal einen Schuss auf hier. Zack. Oh, ho, 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 ho. Unfassbare Power. So. Ach, die Grafik ist echt, boah. Alter. Wenn man überlegt will, die CryEngine 3 ist eigentlich auch schon ein bisschen älter, aber zieht's euch einfach rein. Wahnsinn. Okay. Ja, so schaut's aus, Freunde. Ich bin schon. Hallo. Ich bin supermächtig. Ein supermächtiger Magier. Uh, was hat man hier Schönes. Ich fand eigentlich die Werbung im Trailer so geil, wo sie sagen, dieser Magier ist ein totales Badass. Das ist ja so eigentlich nie der Fall, dass die mal wirklich im Vordergrund stehen bei solchen RPGs. Aber, oh, okay, ich kann auch blocken. Alles klar. Ah, okay. Alles klar. Cool, jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Und wir können hier... Oh, das schaut schon fantastisch aus. Yeah. Ist das geil. Cool. Ist das geil, Freunde. Alles klar. Läuft, ne? Ja. Ja. So. Will noch jemand? Hm? Nein? Cool. Weil dann gehe ich nämlich weiter. Nur damit du Bescheid weißt. Oh. Yeah. Cool. Alles klar. Okay, jetzt wartet mal. Das probieren wir gleich. Verdammt. Okay, pass auf. Hä? Ist das das Timing entscheiden, oder was? Geil. Alles klar. Sigils Upgrade. Available. Ähm. Weiß ich nicht, wie ich's aufrufen soll. Hm. Werden wir noch rausfinden. Hä? These reliquaries were created for my dragons, but now the cult of Malthus is using them to drain life from the people. Dㄟ-dragons? Is that what I am? Are there more? There were. I chose each for their strength and their desire for revenge. Wenn du eine Reliquary findest, kannst du neue Sigile und bessere Spelle erzeugen. Und in dem zu tun, breit die Kulte auf der Lande. Also, es ist ein Weg, um mehr Kraft zu erzeugen. Alles klar, was auch funktioniert. Hallo? Alter! Bist du für einer? Komm nur her zu mir. Ich mach' ich schon fertig. Hey! Was? Hey, der hat mich One-Hit-Down gemacht. Dein Geheimnis wird mit dir bleiben. Auch außer der Tod. Du sagst mir nicht alles. Was war das? Ein Dämon? Wrath? Verdammt! Okay, Sigile Selection. Ja, es wäre schön, wenn ihr das auch mal für Konsolenspiele erklären könntet. Okay, so. Vielleicht... Mit Y? Ah ja. Ah, okay. Also mit den Dingern geht es schon. Und nach unten kann ich das schon mal aufmachen. Alles klar. Super. Okay. Aber wie kann ich jetzt... Ah, dashen kann ich auch? So. Und dann... Zack! Yeah! Ah! Alter! Bleib mal cool! Ich bin noch in der Ausbildung! Ja klar, hättest du mir gleich die Untoten noch gesagt! Na komm schon! Alter! Oh ja! Okay! Alter! Oh ja! Ah! 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 Alter! Alles klar! Okay, dann nehme ich mal... Hä? Okay, dann nehme ich mal das hier. Craft and Equip. Alles klar. Sigill Upgrade. Und dann nehmen wir mal... ...mehr Schaden. Okay. Was ist das? Custom Inventory. Boah! Alter! Wir können craften. Alles klar. Und synthetisieren. Die Construct Reforce Upgrade. Okay. Und... Ja, wir können nichts tun. Egal. Weiter geht's. Ähm. Ich glaube, das war vorhin dann hier so... Ich zeig dir, wo es lang geht. Müssen wir da runter? Alles klar. Läuft. Tja, und da hätten wir auch schon das erste Kapitel abgeschlossen, Freunde. Cool. Oh, Mann. Das ist schon eine Sache hier. Ja, ja. So ist dies. Und jetzt haben wir wieder eine Ladezeit. Eine etwas längere Ladezeit. Oder eine kurze. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Eis. Wenn wir jetzt in eine Eiswelt kommen, das fände ich richtig schön. Das würde mir sehr gut gefallen. Hm. Ja, ja. Hm. Ja, die Ladezeiten sind ein bisschen sehr lang, aber... Dank der geilen Grafik... ...ziehen wir dem mal nach. Was? Wie? Wie bist du awake? Verdammt! Oshiro? Son of a bitch! Wie hat er so gewandert? Wie hat er so gewandert? Egal. Ähm. Wir laufen jetzt einfach mal den Weg entlang. Blink! Cool. Ja, aber... Only mit Tactical und Agile Shield-Types. Alles klar. Okay. So, das heißt, wir können jetzt nur nochmal blinken. Jetzt können wir gar nichts mehr. Hm, wer weiß. Oh, das sieht so cool aus. Ja, was stehst du denn da auch so rum? Ich freue mich. Au, au, au. Okay. Du wolltest es nicht anders. Ganz genau. Alles klar. Werde ich tun. Ja, ich kann es machen. Ich bin jetzt. Mit diesen Weapons... ...drehen sie mich. Warte. Das ist nicht die Ghost of Wrath, ist es? Mit einem anderen Dragon? Gut. Oh, shit. den gleichen Leutnant alles klar das läuft Lila ist immer gut wir haben irgendein Sammlerberg gefunden so was bist du ah ok da kann ich mein Schild aufladen anscheinend alles klar hier kann ich das brauche ich jetzt aber gerade nicht es sei denn man speichert dadurch ich weiß es nicht speichert man dadurch dich anscheinend nicht egal ok was heißt das ja das meint auch schon die ganze zeit ja komm ich greife an so schauts aus dann gehen wir noch ein bisschen weiter und dann probieren wir mal das crafting menü aus hätte ich gesagt Freunde so und schon wieder juckt das Auge wie in Dark Souls Wahnsinn ich glaube wir gehen langsam weg von der Nase und wir gehen rüber zum Auge ok na komm ich will es aktivieren ich schaue auf dem Rift und es gab Gäste in der Gäste willst du mir erzählen was das war? nicht Gäste, sondern Echos, Reflektionen des Vergangenen die von denen mit dir zu dir oder dem Kult also jetzt wissen wir was die Gäste zu tun und diese Echos verbreiten Komponenten für meine Späne mhm mhm alles klar, cool so that was the previous dragon alter boah der ist so voll doch gut hier gerade na hallo genau so alles klar naja das ist ähm Falke irgendwie who the well you're not the prey I was hoping for come on you have to do better than this and the hell you don't look like a cultist Roth sent me to scout your path he calls me your griffin it looks like you could use the help why am I supposed to trust you, huh? you're not the only one who hates shacks and rogero if you're planning to kill them I'm on your side well if you want rogero dead just point me to him my pleasure okay alles klar cool dann hätte ich jetzt gesagt ist mal ein guter Zeitpunkt dass wir uns mal ähm das Crafting Menü angucken so okay also hier kann ich jetzt neue Zauber craften nehmen wir mal Eis mhm Trap Area okay okay und dann nehmen wir ähm Destruction und dann craften wir das Ding okay probieren wir es mal you crafted a new item cool cool ah und hier kann ich sie dann quasi ähm ausrüsten ah ja okay habe ich anscheinend schon okay also so kann man craften und jetzt kann ich hier noch upgraden anscheinend Tactical Shield okay so dann und dann und dann nur wegen Tactical Shield ah ja okay und jetzt würde ich das Schild nehmen und das Ding und dann habe ich nichts ah aber so funktioniert das Crafting System alles klar habe ich verstanden so ich schau jetzt der neue aus also auch hier halt das Maul zack 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 jawoll treffe hm ja halt die Schnauze dahin genau so muss das laufen sehr geil okay okay was bist du bist nichts okay ach die da oben die kann ich auch kopf ii leicht widerlich oh das ist doch eins ah und ich krieg ähm crafting Komponenten raus ach Moment vielleicht kann ich jetzt hier wenn ich den Schild nehme und den Tactical Shield und nein ich kann immer noch nicht schade ich würde gern mal dieses andere Blinking ausprobieren so au 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 alter wie cool das seid ihr denn ja ja zack zack ach kaum okay okay ähm hallo freund fire leveled up cool sigill upgrade und dann gehen wir mal ins ja smart inventory ah ja und wir können die fire area auf leveln craft and equip haben wir noch ein sigill upgrade ja haben wir sogar äh super cool ähm ja ihr seht schon ich gehe voll auf die Zerstörung oh hier ist noch was ach so da kann ich nur mein assignment das kann ich quasi meine sigillen abändern oh da steht die frau wieder hallo frau hast du uns was zum sagen nein hm ja be careful with that i don't see any moving parts what's it doing why do you think everyone in dravasser is standing around in a daze because this thing creates undead by sucking up their life energy uh huh okay just hell kill the undead maybe that'll stop it yeah yeah not calm halt alter oah fuck ja zack okay einen haben wir schon mal Oh, fuck you. Oh, Alter. Oh, klar hier. Jawohl. Oh, Alter. Okay. Erstmal geschafft. Oh, noch mal eine Runde. Gebannt. Scheiße, das bringt gar nichts. Ach, da hinten. Ah, mein Auge. Nein, nicht jetzt. Komm schon. Jawohl. Geh down, geh down. Au. Das hat wehgetan. Penner. So, da hinten Pennern oder Leutnant. Da sind gleich mehrere Leutnant. Geil. Oh ja, voll. Au, 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 au. So, aber ich glaube, einen habe ich erwischt. Oh. So. Ja. Na, du hässliches Kind. Au. Okay. Alter. Es geht nahm mit dir. Oh, Gott sei Dank. Juhu. Wow, das gibt ordentlichs. Bitch, who made that old man think I was ready for this? Okay, dann geben wir, oh, ähm, ja, ich möchte upgraden. Ice Nova. So. Nein, nicht die Flame Nova. Genau. Ja, Craft and Equip. Und dann Custom Inventory. Wir gehen auf Crafting. Nehmen den Schild. Probieren das hier mal. Und das hier. Und dann craften wir das Ding. Equip. So. Ah, jetzt kann ich auch... Juhu. Geil. Gleich noch mal. Zack. Hüah. Cool, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, muss ich wieder dahinter? Hm. Ah, hier kann ich jetzt mein Schild aufladen. Yippie. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ähm. Ach, da hinten. Okay. Ja. Did you see that? My Bracer's pulled something from those corpses. Anything I should know. Their death released an energy called Etheria. It's good for augmenting your spells. I'm not eating souls, am I? No. Souls go on to the next world. Alles klar. Sind wir wohl Soul Eater? Entschuldigung. So. Oh, da oben ist noch so ein Ding. Dann nehmen wir das noch mit. Und dann sage ich, vielen lieben Dank fürs Zugucken, Freunde. Es war mir eine Freude, euch dieses Spiel zeigen zu dürfen. Der Magier freut sich auch. Es hat geile Grafik. Es ist absolut fett. Von mir geht es einen Daumen nach oben für dieses Spiel. Richtig, richtig geil. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt mir einen Daumen nach oben. Oder lasst mir ein Abo da, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, liebe Freunde. Dann sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Bleibt sauber und haut Brian.